Der Jauhlt, wegen Alarm hier. Ich hoffe, man hört ihn. Ich öffne bald das Fenster. Man hört ihn deutlich. Da ist nix. Arslan, da ist nix. Isse. Ja, okay. Das war's jetzt auch schon mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich wollte euch auch einmal ankündigen, dass ich bald mal anfange, learn2day davon ein Let's Play zu machen. Aber ich werde nicht den ersten Teil machen, sondern ich werde den zweiten Teil machen, weil der erste kostet Geld und die Demo-Version, die geht fünf Minuten. Ich habe schon einmal die Fertigung. Deswegen, ihr könnt euch schon mal freuen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.